Seht hier die einzigartige Tombola, der Jayla! Und präsentiert wird diese Tombola von der reizenden Candy! Hallöchen, ihr lieben Kräuterbaguettes! So, hallo! Ja, hier ist die versprochene Auslosung meines Gewinnspiels zu meinem 50er Abonnenten-Special. Ja, es wird eine wundervolle Tombola geben. Es haben sich Millionen Menschen dafür interessiert, Millionen Menschen gemeldet und deswegen geht hier auch alles mit rechten Dingen zu bei dieser einzigartigen Tombola. Also wir haben hier auch einen Notar in der Regie sitzen. Ja, ich frag mal kurz nach. Ja, der Notar ist bereit, damit hier auch alles mit rechten Dingen zugeht, bei so tollen Gewinnen mit so vielen Menschen. Da muss man halt auch alles der Richtigkeit halber machen. Und ich würde sagen, wir labern jetzt nicht viel und fangen einfach mal an. So, ich sitze jetzt ganz krüppelig hier. Ich hoffe, man sieht mich. Das ist die einzigartige Tombola. Tombola, damit man auch weiß, was es ist. Ich glaube, ihr seht jetzt so viele Spiegel verkehrt, da hab ich gar nicht dran gedacht. Aber wer schreibt schon rückwärts, ne? So, und wir als erstes losen hier Dying Light aus, ja, das T-Shirt. Und ihr seht, die Tombola ist zum Bersten voll. Ich hab das hier extra transparent genommen, damit ihr seht, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Und ich greife jetzt hinein und werde den ersten glücklichen Gewinner ziehen. Oh mein Gott, ist das schwierig zwischen diesen vielen. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Und ich nehme jetzt den hier. Oh Gott, das ist ein großer. Das ist ein sehr schöner Name. Er ist super lang. Ich hab mich schon gefreut, als ich ihn aufschreiben durfte. Der Tomatentoaster LPs mit einem Toaster, der eigentlich eine Katze ist, welche alle Tomaten verbrennen will. Ich habe sogar Abkürzungen benutzt, damit das alles auf einem Ding passt. Ihr seht, hier ist meine wundervolle Handschrift. Ich kann wundervoll schreiben. Ja, ich bin ja auch die Tombola-Fee-Candy heute für euch. Also, Dying Light geht an den Tomatentoaster. Herzlichen Glückwunsch für dich. Die anderen beiden, tut mir leid. Die anderen 500-Reihe natürlich. Tut mir leid. So, und da sind wir schon bei der nächsten Tombola-Auslosung. Und zwar für Destiny. Das Destiny-T-Shirt. Wir haben natürlich auch wieder ganz viele Einsendungen bekommen. Wir können uns gar nicht halten. Ich fahre an. Und ich nehme den hier. Mal gucken, wer es ist. Es ist der Spielewurm. Hier, alles rechte Dinge. Ja, hier, man sieht es auch wieder spiegelverkehrt. Spielewurm. Spielewurm. Du hast gewonnen. Das Destiny-T-Shirt, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du freust dich. So, dann gucken wir mal in die nächste Runde. So, und in der letzten Tombola befindet sich das World of Tanks, beziehungsweise World of Warships, oder ein gemein gefasst Wargaming-Package, da wo die meisten Lachen zu ergattern waren. Da haben wir auch 1.000 Millionen Einsendungen bekommen. Ja, hier mein Co-Moderator ist auch gerade noch völlig außer Rand gebangt. Er schreit hier in das Indium hinein. Ich fahre an. Und das ist es. Oh mein Gott. Tollwirbel. Und es ist der Flavda Flavgames. Uh, die Tombola fast rumgerissen. Ja, da. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Das World of Tanks-Packet. So, das war es auch schon mit der wundervollen Tombola, der Auslosung meines Gewinnspiels zum 50-Abonnenten-Special. Ich hoffe, die Gewinner sind glücklich. Ihr habt gesehen, das ging hier alles mit rechten Dingen zu der Notar. Ich frag noch mal nach. Ja, ist alles in Ordnung gewesen? Okay. Ja, es ist alles mit Richtigkeit vorgegangen. Keine Angst, hier wurde nicht gemogelt, nicht geschummelt. Ich hoffe, die Gewinner freuen sich. Ich hoffe, das ist eine kleine Auslosung. Hier hat euch Spaß gemacht mit dieser wundervollen Tombola. Ja, ihr werdet mir jetzt die Mühe heben. Ja, seht ihr hier. Tombola, Erdkirchen und Bärdkirchen. Ja, keine Kosten und Mühe geschaut. Ich werde mir auch mal separat an die Gewinner eine Nachricht schicken. Also, selbst wenn ihr das Video nicht sehen, werden sie informiert werden. Und dann wird alles weitere noch geklärt. Und ja, dann bis zu den nächsten Abonnenten-Specials. Die nächsten Gewinnspielen, die nächsten weiß es ich was. Das nächste Video klickt mal hier ein paar Videos an. Ja, es gibt noch was Schönes auf dem Channel. Irgendwelche Let's Plays oder wo mein Gesicht mit drin ist. So real life und so. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nachtabend, was auch ihr immer gerade habt. Und macht's gut, ihr Lieben. Da, 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 da. Ba!